Heute gehen wir in einen der gefährlichsten Hoods der Bronx. So habe ich vor einem Jahr den Vlog begonnen, indem ich nach RPT gegangen bin. Seitdem habt ihr mich angebettelt, wieder dorthin zu gehen. Aber sollte ich wieder mein Leben riskieren, nur um nach RPT zu gehen? Ein Ort, an dem Leute live erpresst werden, nur weil sie die Hood betreten? Wahrscheinlich nicht. Ich habe es trotzdem gemacht. Denjenigen, die RPT noch nicht kennen, kann ich empfehlen, dieses Video von mir anzuschauen. Dort habe ich sehr viel zu diesem Ort erklärt. Hier jedoch die wichtigsten Infos. RPT ist eine der gefährlichsten Hoods der Bronx, in der ein deutscher Tourist wie ich normalerweise niemals einen Fuß setzen könnte. Sie ist vor allem bekannt für berühmte J-Rapper wie zum Beispiel D-Tang oder Bando. Leider sind diese aufgrund von Gewalt und Waffendelikten momentan im Gefängnis. Allerdings bin ich durch meinen Bro Phil TK, der Songs mit verschiedenen Rappern aus RPT hat, mit einigen Leuten von dort connected. Darunter auch Hype, aka Slim Butter, der auch der Bruder von Rapper Bando ist. Wie auch immer, Phil und ich sind wieder nach RPT gegangen, um für Phil ein Musikvideo aufzunehmen und für euch wieder Content aufzunehmen. Doch bevor wir nach RPT gehen, zeige ich euch, wie unser Tag begonnen hat. Zuerst mussten wir ein paar Besorgungen machen und haben uns dabei ein bisschen in der Bronx umgesehen. Kurz nachdem Hype uns in RPT empfangen hatte, hat auf einmal sein Bruder Bando aus dem Knast angerufen. Ich habe die Chance genutzt und für euch mit ihm geredet. Danach war geplant, ins Studio zu gehen, um Songs aufzunehmen. Doch davor sind noch kurz in RPT rausgegangen. Das ist Andot, ein zwar noch junger, aber dennoch schon erfolgreicher Rapper aus RPT. Es heißt Lusch Mein Schwanz, sann ich meine Schwanze, du bist so großartig in german. Lusch, mein Schwanz. Das ist wie sie sagen? Wie heißt das? Schwanz. 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 Aight look. We going to tell you to say something. Aight bear. Suck my dick bitch ass nigga Suck my dick bitch ass Nah nah, you gotta say it more gangsta Okay, wait, wait, wait You can't say nigga though I can't say the last one Jay Archman Word Stop your dating man right now, bro You're the only person from Germany that ever been to RBT Matter of fact, first white German to come to RBT Word That's crazy There's not a lot of white people out here, right? Nope I got a question though Y'all know me so like Y'all can rule me that I'm here recording shit, right? If y'all wouldn't know me, let's just say I'm some random dude Just coming in here, start the recording shit If you're not sturdy here, don't come here Magging out phones, you heard? Niggas get killed for shit like that Word? Gangsta That happened before? Gangsta Damn I say fuck filo Fuck filo Yeah Fuck filo Fuck filo We smoking that filo pack Filo There's a lot of bronxies in the show Whatever he said Yeah, word Word He just said You know where the hoes is Where they at? I got no hoes, man He just He got all the hoes He got no hoes Wo sind die hoes? Ich will wissen, wo die hoes sind Damit ich diese Gebiete meiden kann Wisst ihr, was ich meine? If I ask where the hoes is, I just want to know So can avoid that area I'll be filming, I don't know what I'm about the hoes Yeah We don't avoid that area You don't avoid that area Go over there Weil mein letztes YouTube Video gesehen hat, weiß, dass ich hier meinen Diss Track aufgenommen habe Und ich weiß, ihr wollt den Song und das Musikvideo dazu Sobald dieses Video 2000 Likes erreicht, jobbe ich das Musikvideo sofort Also lasst jetzt ein Like da Denn das Musikvideo ist schon fertig und wartet auf euch Und vergesst auch nicht zu kommentieren Denn bei 200 Kommentaren lade ich den nächsten New York Vlog hoch Ihr habt richtig gehört Ich hab noch mehr New York Vlogs Also kommentiert jetzt sofort What's up from Germany bro What's up from Germany bro 16 What the mother Fuck English is hard bro What do my mother suck my dick 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 What do you think about my first song? The energy is there I see the bitches HD Let's cut 30 Wir haben gerade so 2 Uhr morgens Wir sind im Studio Ich hab meinen Diss Song aufgenommen Leute, ihr wisst schon Ehrlich, ich sollte heute kein Alt trinken, weil ich gestern so drunk war Ich trinke nur, weil ich Durst hab und kein Wasser mehr da ist Ich trinke nur, weil ich Durst hab Versprochen, Mama El Filo Das gibt Marfogs in der Bronx Die deinen Ass dissen, bro Ich glaube, wir sind gerade nach Hause Es ist so 3 Uhr oder 4 Uhr morgens Ich bin die ganze Zeit, wenn wir Ski mehr suchen Wir waren vorne auf dem Hauptblock, haben die gemeint Wir haben gemeint, eigentlich da, wo nichts passiert Aber trotzdem nicht das heimfreundliche Gebiet halt He just made a whole diss track tonight He's wanted in New York Cuz, cuz Velo For me, like Now, I'm not wanted in New York Velo's wanted in New York No, you're wanted in New York by the cops Oh, yeah Your police most wanted right now After the track, you just made Shout out to Dan2Tack Man, ain't gonna say too much about him, Dan2Tack, you heard? Dan2Tack, Dan2Tack Don't break character Oh, Dan2Tack, yeah Oh, it's Dan2Tack now Don't play with my man Dan2Tack, yeah Ein paar Sekunden später The block is crazy Word? Oh, yeah, yeah You say you don't like being around here right now? Ah, man Ah, man You don't hardly see nobody out here Not at this time The block probably changed, you know, back in the day 10, 15 years ago The block is beat off Off the easy, yo We're gonna be walking this block at this time You said this was one of the most dangerous ones In the Burms Mm-hmm, yeah So, where we at right now? We're still on Burmside, but We're walking up to the university right now You heard, this here is a dangerous block But Hype had meant that they were their guys Also, not the enemies So, all good I heard before, as we were on the O-Block, more fear Then we were in OGs We're walking up to the R.P.T. For sale, for sale Phil, after a music video Action, movies We're filming here We're doing this Gang, gang, gang R.P.T. For sale, for sale As the next one I made a challenge with the Jungs from there In which they have to transform me in kürzester Zeit To a Dill Rapper transform me in kürzester Zeit Das Ganze gibt es in meinem letzten YouTube Video zu sehen I invite this music video From TK Everybody else What's the word? That's us D-Things, gudah? I already asked Archie this Let's say Nobody of y'all would've known me I just come in here And be on some Camera shit Start recording everybody Check it Check it Check it Check it Check it What do I mean? So what happened the first time I'm in Like who you? So I'm like that gon' happen Damn Why it works? Like people will beat me up and shit? Oh shit Type shit Oh y'all wanna I feel like Take those Take those Take my shoes? You know how much that's going out here? How much? Like five, honey So y'all saying y'all will take my shit? What size are you? If y'all wouldn't know My size What size are you? You ain't got real shit I'm my size What size are you? Say one time Lutsch mein schwanz Lutsch mein schwanz, nigga Lutsch mein schwanz, nigga You know, John, the job is cheese Go in New York, get the shit, get the shit Ahhhhh Are you touching me, nigga? No What the fuck? Yo What the fuck? Hey! Ey yo, what the fuck? Er hat's noch extra für YouTube gemacht Lutsch mein schwanz, lutsch mein schwanz Hey, lutsch mein schwanz just Er ist nicht in der Welt! Wie ist er dann? Wir gehen! Wir gehen, wir gehen! Arschl, nun mal die Hände! Aber warum du so gesteigst? Mog! Mog! Wir gehen, wir gehen! Wir gehen! Oh! Oh! Where did she come from? Yo! He's personally... He just moved in here! Yo! What the fuck? What the fuck? Hala! Hala, Hala! Yala, let's go! Ey, du küsst dir den Endrespektlos, ich sag ja, ich hab mit den Besitzer. Ich bin hier zu sehr am Finder machen, Phil und Hype sind oben, ich bin auch hier alleine mit den Jungs, hab ich Angst, ein bisschen gesunde Angst, nicht von den Jungs selbst, aber man weiß nie, was passieren kann. Ah Leute, ich geh das doch hoch, weil gerade war mit langer Lichter, drehen das Video, oh guck mal, mit Lichter und so unter dem Auto, crazy. Ich glaub ich zie meine Ski-Mass an, weil Idari hat tote Gerüst in dem Video und ich glaub ich will nicht so gut zu sehen sein, wenn die in dem Video tote gerüst werden. Ah, die wollen vom Store drehen, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder Stress gibt mit dem Besitzer, aber ich glaub es interessiert ihn. Das war, glaube ich, Grün ist Lien gerade, wir haben gerade rausgekickt, der Besitzer aber die Polizei rufen, ist ja geil, ich hab mitleid mit dem Besitzer, ich kann es ja stehen. Ach, das ist ja geil, du willst du sagen, wie viel du spendest? 20. Also, Mädels, wenn ihr eine reiche Typ ist, wie alt ein Mädchen muss, wie alt ist, wie alt? Wie alt ist ein Mädchen? 18 und plus? Ja. Aber wenn ihr 18 oder älter seid, dann schreibt ihr in einen anderen Laden rein und dann muss ich für dich. Laiter. Laiter? Laiter. Yoh, dann will ich nicht, wenn ihr smoke in den Storrens hier oder ihr okay? Na, ihr okay. Okay. Das ist unsere Scheiße, ihr hört? Du, ihr, ihr, du, ihr, du machst die Regeln, richtig? Das ist unsere Scheiße. Das ist unsere Scheiße. Okay. Du, was ist das? Es ist das! Das ist Notre irresponsible. Es ist unsere Scheiße. So, es ist..? Oh, so ist es ist unsere Scheiße. Und nirchen. Nouxuue. Wie ein Modercias? Du b 꿈igst du. Ich bin NicTOR Tanont благодарin. Wenn man es spielt. Ich bin 주ierbar vor mir. Kommt dich aus. Ben. Wir sind diegar. Fanat. Es ist best glory, Ausmaß jako Hasse. Alleser sehe. No, das ist nichts! Ich bin keinplin. Danielulle. Da ist sorry. Daniela ist wieder. Zweck r accumuliert. Und war att es ist eine unglaubliche Butter? Düb. Das war. Das war's, das war's. Er ist jemanden. Er ist Polizist? Er ist Polizist? Hey, ich bin der Musik, ich bin der Polizist. Hey, Schwer, die haben sie zu wissen. Er ist Polizist? Die Leute hier sind wild, die geben keinen Fick. Hey, RPT, Leute, RPT, RPT ist wild. W-Content hier. Das ist echt der New York-Shit. Euer Lieblings-Sucho aus Deutschland macht nicht den Shit, den ich mache. Hey, stop the balance. Ich habe viel Wasser geholt, jetzt in den G-Sport. Das ist der Ort, wo es keine Kameras gibt, wo Leute immer hingezogen werden, wenn sie gehauen werden. Ich hoffe, ich werde sie nicht gehauen jetzt. Wow, wow, wow. Wow, wow. Ey, yo. Wow. Ey, ich finde es schlimm, Leute. Das ist so der fünfte Kampfsatz, den ich heute gesehen habe. Der ist Plan oder der Verrück? Plan. Aber die machen anscheinend nur Spaß. Ja. 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 Ich kann nicht sehen wie das. Es wird bald gehen. Es wird bald gehen. Es wird bald gehen. Es wird sich im Dunkel draußen. Das ist schon so schön. Wow! Your RV T-Shirt. You think you could like follow me? Hold on, hold on, let's probably hold this. Damn, okay, okay. Damn, don't hurt yourself, bro. Let's do some pull-ups. No pull-ups. How many pull-ups you got? Probably like one. Three. Come on, one, two, go all the way down, all the way down. All the way down, all the way. You don't have to do that, bro. I feel like you want to volley, bro. One, two, three. Damn, damn, three, four, five, six, seven, eight. Why do you think I'm kidding? There are a few baddies. But they're just running away. Should I go? I'll just get in the grammar machine. Ohhhh. Can I show you? No, I have a video. They didn't want me to recall. I just explained the Instagram from a RPT Betty. Not for fun, of course. I don't want to do anything with any friends. I'm waiting for the E-E. Right? What? We're waiting for the E-E, right? I'm from Germany. Oh, wow. What's up? Germany? Yeah. Go ahead. Do you pull us, huh? You want to say what's up to the YouTube blog? No, what's up? Hey, I'm going to stop the violence. 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 Damn. That's the one. Come on. Look at this girl. Hey. Damn. Can I show you? Can I show you? Free RPT. That's my dick. Like, I'm trying to get me a hit. Hey, Philo, you a bitch. Like, when I see you, I'm going to up in a clique. Look at you, Philo. And I'm going to go spliff. And I'm smoking his desk. He needs to go get gripped. Yo, what will happen if Philo will go to RPT? Philo, Philo, don't come over here, bro. My niggas going to hurt you, bro. Damn. Hey, that's in basketball class. Who want to smoke? 1v1 in basketball. How much you want to play for? Bro, I'm just playing for fun, bro. I'm playing for passion. We want to play for fun. We're about to do a fucking video shoot. Get the fuck off the court, bro. God, man. Where would you go? Where would you go? Where would you go, bro? Where would you go, bro? I don't know. I don't know. I don't know right here. Watch this, watch this, watch this. Champ. Oh, shit. Champ. Champ, time to you. You ready? You ready right now? I'm ready. Oh, oh. Oh! 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 Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! What about my mother? Oh, shit! What about my mother? Oh, shit! I'm playing for the last! We're going to have a bus machine. I, Sirak, also the things, brother and her. He's very close. But you only won't. It's a play in a minute and I lost my touch. I'm looking for our two, I don't know where they are. Hey, guys! That's five. Germany? Yeah. Speak your language. My butt is so bad in Germany. Yeah, nigga. Who are your fucking mother, nigga? Do I have a phone? I look like your mother, nigga. I'm not your fucking mother, nigga. Oh, fuck. 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 I think someone died. R.I.P. Also, not here, but here's the monument. I always say, I'm against every kind of violence. I'm big stop the violence. Oh, fuck. My boys are out here doing a big thing. They are RPT. The biggest of them all. Let's go. Whoa. Man, I'm taking a shit right now. How you been, man? It's been a year. Hey, man. RPT, man. Rough part of town. Who got ice? Who got ice? This shit is crazy. They said by the train station. There was someone who shot. What are you just talking about? Somebody got ice. Oh, shit. The news just arrived. Somebody got ice. Hey, stop the violence. This is regular, though. This is regular. This is regular. This is regular. This is a regular game, New York City. You know what? Nobody, like, feel me? Like, people just get shot? Regular shit. I don't need to get it. I'll be the dead bros, but nah, bro. Nah, I ain't gonna allow real nigga shit. I ain't gonna allow this shit get happy, man. This shit get happy, bro. I'll be to all the victims of violence. And whoever, whoever think that New York is a nice place to come to and you think it's a beautiful, nice place, feel me? It might look nice, but this shit is not nice. Being in the streets, nah, feel me?